Moin Leute, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Nikomaniac. Heute spielen wir mal wieder, wie gesagt, Minecraft. Und zwar, wir haben so ein, warte mal, ich muss kurz unterbrechen, es kam kurz der Akku-Zustand, wie er gerade ist. Liegt bei 20% des Helders. Wir spielen so eine Map, ich weiß gerade auch nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube, das ist eine coole Map. Ich starte mal rein und mal gucken, was da so ist. So, hat jetzt eine halbe Ewigkeit gedauert, aber jetzt ist es fertig, dann gehe ich mal ran an den Speck. Wird geladen, steht da, los geht's. Okay, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo wir sind. Oh mein Gott, leckt das. Okay, in einem Dorf. Wir sind kreativ. Wir sind in irgendeinem Dorf und erkunden mal so die Welt. Oder warte, ich mach mal hier im besten Überleben. Da wird's noch spannender. Dann fang ich hier kurz an, keine Ahnung, hier ein bisschen im Überleben rum zu laufen. Ja. Wie lange denn noch so kreativ überleben, damit's auch ein bisschen Spaß macht. Spiel fortsetzen. Ähm, ja, ein Dorf ist eigentlich hier ganz gut. Oh, hab ich 58 Hebel. Ja, okay. Direkt Falschaden, fängt ja gut an. So. Ist kein verlassenes Dorf. Truhe. Okay, was ist da drin? Na ach, mit Äpfeln und Brot. Oha. Hey, na. Auf diesem, äh, Dings da, hab ich noch gar nicht mal gespielt. Auf diesem Server, oder wie das heißt. Ich hab schon gut was, ähm, eingesteckt in der Truhe. Also ne, was ich gerade hab, ich hab so viel. Och, ich bin so, ich bin so dumm. Ich bin so unglaublich dumm. Ich hab mir grad 40.000 Herzen abgezogen wegen Falschaden, weil ich da extra runtergesprungen bin. Weil ich keinen Bock hatte, den langen, aber vorsichtigen Weg zu nehmen. Mann, das leckt so krass. Also, sorry dafür. Aber, ja. Nein, ich will nicht mit dir reden. Du siehst mir zu hässlich aus. So. Alter. Das leckt so unnormal krank. Sorry. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ich mir ne Switch holen soll. Bin am überlegen. Okay, da ist ne Kiste. Die ist mir gerade wichtiger. Oh mein Gott, leckt das krass. Alter. So, bitte was Gutes? Ne, das ist ne Scheiße. Kohlenblock. Ja meinetwegen. Giftige Kartoffeln. Wer braucht das bisher auch? Hallo. Ich bring dir runter. Ach, du heilige. Schasch, 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 schasch. Das leckt ja unnormal krank. Ich sprich mich noch einmal an und du stirbst. Alter Opa. Ich warne dich. Ich hab dich im Auge. Ah. Ich hab dich im Auge. Tschö, altes Frettchen. Okay. Okay. Dann geh ich mal ins nächste Haus. Da ist die Tür sogar offen. Oh mein Gott. Das leckt so unnormal krass. Hallo? Du. Da ist gar nichts drin. Ja moin. Ach du Kacke. Das leckt ja so krank. Sorry dafür, aber... Ja. Geht halt nicht anders. Schreibt in die Kommentare, wenn ich mir eine Switch holen soll oder nicht. Ansonsten ist dann die Qualität besser, wenn ich mir eine Minecraft und so hole. Du sprichst mich an? Du wagst es? Habe ich irgendein Schwert? Pickels. Nur meinetwegen. Du hast mich angesprochen und das wirst du bereuen. Nein. Stirb. Die kann ich nicht töten. Kann man einen mit einer Pickels töten? Ne, nicht warum? Man kann ihn nicht töten. Ich will nicht... Handeln. Ne, ich will nicht mit diesen... Nasenberti reden. Tschö, es war mir kein Vergnügen. Okay, geh ich mal ins nächste. So. Alter, das leckt so unnormal krank. Zehntausend Jahre später. 40 Millionen Jahre später. Endlich. Jetzt muss ich auch noch Steine bauen. Ach ja, das geht schneller. Okay. Alter, das leckt so krass. Ah ne, hier könnte ich ja schon die Tour. Alter, diese Dorfbewohner, die sind ja so arm. Opfer. Die haben nichts in den Truhen. Ich glaube, hier war es das mit dem Dorf schon. Oh, da ist eine Villa. Wenn die da jetzt nichts krasses haben, dann raste ich aber komplett aus. Oh mein Gott, das ist ein Bruch. Juhu. Juhu. Nein, das kann nicht sein. Das habe ich früher im Kreativmodus gebaut. Boah, ist das lange her. Zieht euch das rein. Guck mal, hier steht er. Das dürft ihr nicht sehen. Oh mein Gott. Alter, ist das lange her. Ist das Schlafzimmer? Ist hier was drin? Was ist das denn? Scheiß. Das heißt, ich bin auch pleite. Alter, ist das lange her. Krass. Dann kann man auch nach oben gehen. Hüp. Was ist hier? Okay, nichts. Dann habe ich auch noch einen Garten, aber... Oh mein Gott. Das leckt so un-no-mal. Krass. Was ist das? Ich will da rein. Ich will... Oha, das ist eine Mine. Guck mal. Da. Ist eine Leiter nach unten. Ich gehe mal nach ganz unten. Da kann man auf jeden Fall Kohle und sowas abbauen. Weil ich bin bis jetzt noch nicht gestorben. Also ich habe nur ein paar Leben, aber... Ich bin so dumm. Ich habe es gerade noch gesagt und dann sterbe ich einfach, weil ich durch die Map geflogen bin, Mann. Wie dumm kann man sein? Alter, ich bin so dumm. Ich bin einfach durch die Map geschallert. Hauptmenü. Wie dumm war das, bitte? Komm. Ich bin einfach durch die Map geflogen. Wie dumm. Ja, unten am Loch hätte ich schon sehen können, dass da irgendwie Ende ist. Ja, aber gut. Das war es dann mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Linus Zock vorbei. Ist ein Ehemann. Und ja. Schreibt in die Kommentare, ob ich mir eine Switch holen soll. Damit nicht weitere Lags passieren. Okay. Ansonsten. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Miku Maniak. Ciao, ciao.